Hallo. Hallo Harry. Ja, Volker, ich wollte dich mal fragen, du bist Japan im Stadtrat, oder? Jo. Ähm, warum wir keinen China-Import mehr haben? Ähm, da gibt es gerade Lieferschwierigkeiten. Brexit steht fest, weißt du? Ja, und nächste Woche, glaubst du, können sie ihn liefern? Ja, ich hoffe mal. Ah, okay. Also durch das Brexit-Abkommen haben die Chinesen erstmal Europa-Importe eingestellt, komplett. Deshalb müssen wir halt jetzt gucken. Wollte ich dich fragen, da bei, ähm, äh, du hast ja da bei dir wieder die Bäume gefällt. Ja, genau, da wollte ich ja, dass du anrufst. Ah, ja. Ja. Das wollte ich SMS überlesen. Ähm, dass du mir, ach so, hm, ja, jetzt verstehe ich dein Problem. Ja. Äh, kannst du trotzdem arbeiten, oder eher schwierig? Ja, jetzt diese Woche noch ganz leicht, weil ich hab noch genug, äh, Sachen, die ich noch muss, äh, nach Hause fahren und so. Ja. Okay, dann verschiebt man das auf nächste Woche. Ja. In Auftrag. Ja, wäre mir ganz recht, wenn dich nächste Woche direkt drum kümmerst. Ja, ja. Okay. Dann, danke ich recht schön. Würde dann, äh, indem, nächst, würde ich dann, äh, das Sägewerk kaufen, oben im Wald. Ah, okay. Ähm, musste man... Paletten produzieren. Musste man mit, äh, Hans, äh, nee, mit dem Jürgen sprechen, weil... Ja, der hat mich ja gefragt, ob ich das gerne kaufen, äh, würde. Ah, okay. Deswegen, sonst wäre ich's, wenn mir das nicht eingefallen. Oh, ja. Ja. Das ist doch ein guter Plan. Jo. Ja, ist halt das Problem, weil dann, äh, muss man, äh, Häckselgut reintun, dass... ...betten produziert werden. Ah, okay. Häckseln ist ein bisschen schwierig. Man muss dann Häcksler kaufen. Naja, aber... ...deine Arbeit. Ja, das, das stimmt. Ja, das weiß ich schon noch von euch damals, von da oben beim Bauhof, so mit nem... ...mit dem Häcksler da, probiert haben. Dann habt ihr den verkauft, weil er nicht, ja. Ja, aber ich glaub, das geht schon. Ähm, hast du ein Häcksler schon? Nein. Weil, wenn du einen hast, dann könnten wir ja bei mir unten die Bäume gleich häckseln. Ja, aber das würde ich dann nächste Woche nicht machen. Ja. Weil dann brauchst du ja auch gar keinen, äh, Import. Ja, aber ich glaub, sicher auch mal Aufträge, wo ich mal so... Ja, vielleicht würde ich irgendwie etwas beim Sägewerk oben einrichten, dass ich da irgendwie kann, irgendwo die, äh, Stämme reintun und dann häckselt's die, oder? Ja, naja, das wär, wär günstig. Vielleicht finden wir da was, find ich da was. Ja. Ja, oder zumindest einer, der die Bäume vielleicht auch erkennt, oder so. Äh, äh, äh. Müssen wir mal gucken. Jo. Oder so ne, so ne Fräse. Ah ja. 2017 gab's da eine. Ja, wie eine, aber die funktionieren? Ähm, die, wenn du mit, die machst du an und dann fährst du einfach über Holz drüber. Ja, und dann? Wo ist das Hetzel? Na, das wird dann durch ne, durch ein, ähm... Ah ja, nur durch ein Rohr. Durch ein Rohr direkt. Oh, scheiße, Wittmannmacher, scheiße. Ja, mal schauen, ob wir da etwas finden. Ja, wenn es sowas gibt, das wär natürlich... Ja, etwas wäre auch geschickt, dass ich, äh, was ich beim, äh, Sägewerk könnte hinplatzieren, und da könnte ich dann reintun, oder so. Oder sowas. Ja, das wär auch, ne Möglichkeit. Könnte ich immer das hochfahren. Aber das sehen wir ja dann. Ja. Dass der Jürgen da was hinbaut. Jo. Okay. Okay, ja, gut. Gut, dann, bis nächste Woche erst mal. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Ciao. Ari! Ja? Ja, mit sind du hier beim Bauhof im CB-Funk? Ähm. So, bei dem Baum da oben muss ich aufpassen, ey. Ja, mit sind du hier beim Bauhof im CB-Funk? Ja. Klinglinglinglingling. Hallo? Ja? Herr Stromberger, haben Sie denn schon irgendwas, um die Stämme hier rauszuziehen? Noch nicht. Ja, aber gut, weil sonst kann ich hier gleich nichts mehr machen. Ich meine, ich komme mal vorbei. Ich lege bei ihm auch. Jo. Also sonst kriegen Sie die hier auf jeden Fall nicht mehr raus. Ja. Und vor allem den hier, den müssen wir runterziehen, weil sonst... ...wenn mir der auf den Kopf fällt, dann kann ich Feierabend machen. Dann machen Sie jetzt schon mal Feierabend. Ich kümmere mich die Woche mal drum, dass ich irgendwie das Ding hier rauskriege. Oh, ich fälle die in die andere Richtung. Passen Sie auf. Schön auf die Mauer gelegt. Ja, dann gucken Sie mal. Und wenn Sie die rausgezogen haben, dann geben Sie Bescheid, dann komme ich nochmal. Ja. Ähm, dann würde ich aber kurz eine Abrechnung machen, falls Sie den Auftrag an jemand anders geben, kommen wir durcheinander. Genau, dann machen Sie das mal. Können Sie gerade mal zählen, wie viel ich da schon weggemacht habe? Müsst du ja eigentlich nur die Stimmen für zählen, oder? Jo. Das ist eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Kann das sein? Er ist acht? Ne, hier liegt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Also ich bin bei elf. Da, wo ich draufstehe, das ist, den habe ich abgesichert. Also nochmal, ich kann auch die Baumstimme zählen. Das sind drei, das sind vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, ja, elf. Na, wären es, ähm, elf mal, hm, wären 8.250, machen wir glatt 8.000. Äh, 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 ja. Dann überweise ich Ihnen das mal eben. 8.000. Jupp. Oh, 800.000, nee, 8.000. 8.000 reicht, 800.000 wäre ein bisschen zu viel. Willst du ja nicht ganz übers Ohr ziehen. Äh, über den Tisch. Hab ich jetzt richtig überwiesen, oder? Jupp, vielen Dank. Tschüss. Ja, tschüss. Alter, ist hier dunkel, ey, ich sehe gar nichts. Ah, jetzt liegt der Stamm hier auch noch im Weg. Tschüss. Tschüss. Ich muss ihn auch gehen. Der arbeitet ja wirklich bei Wind und Wetter, der ja. Ich sehe hier gar nicht, das ist so dunkel. Gut, dann fahr ich jetzt mal nach Hause. Ja. Nichts. Das ist so. Und so. Es ist übelst dunkel geworden. Also da haben sie auch irgendwas an der Map gedreht. Oder vielleicht selber von Giants, keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht es gut aus. Also so muss es eigentlich auch nachts aussehen. So. So. Erster Tag ist schon wieder um. Er erkennt kaum die Biegungen der Straße. Das ignoriere ich jetzt mal ganz gekonnt. Muss ja nicht alles beachten was hier passiert. So. Was ich auch dann mir nach dem Schlafen oder während dem Schlafen mal angucken sollte. Ist die ganze Seasons Geschichte. Ich habe noch nie wirklich mit Seasons gespielt. Von dem her muss ich mal gucken wie das überhaupt läuft. Bin ich nicht eigentlich gleich mal zu Hause? So. 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 mal noch hier in den News nachgucken. Sorte 5 Grad Raps. Soja braucht 10 Grad. Mais auch. Kartoffeln könnte ich anpflanzen. Zuckerrüben. 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 So früh aufgestanden, so früh wollte ich gar nicht aufstehen. Okay, aber warte mal. Ich muss mal gerade nochmal gucken, was wir jetzt denn eigentlich ansehen können. Zwiebeln, Karotten. So, jetzt passt's. Wäre es uns wirklich ein bisschen zu kurz gewesen.